Prima! Was ist mit Ernst Wagner? Seid ihr die Dateien geschrieben? Natürlich. Leider ist das bei dem Ernst Wagner so erfolgreich wie bei Gerd Müller. Wir brauchen noch ein, zwei Mehranhaltspunkte. Sag mal, macht es dir eigentlich Spaß, unsere Arbeit zu boykottieren? Was willst du damit sagen? Das war ich glaube nicht, aber ich mache. Keine Ahnung. Jetzt ist genug, ne? Ich weiß nicht, was denn so weit du mal anfängst. Also eins noch. Da liegt süßes, ne? So, jetzt ist Schluss.